Guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Path of Exile, hier mit den zwei Verlöckner Lodris. Hallöschön. Hi, wie geht's? Aber diesmal ist es ja die Awakening, ja, es kam jetzt ein dezentes Update raus. Oh ja, 2,5 GB mit einer Menge Updates, äh, Patches. Warte, 2,5 GB, wann hab ich die untergeladen? Ja, könnt man mal. Wahrscheinlich irgendwann nachts. Die Patch-Notes sind fast 14.000 Wörter. Das sind mehrere Seiten. Ja, die hab ich mir dann auch dezent mal nicht durchgelesen. Also das Wichtigste auf jeden Fall ist, es ist quasi wie eine komplette Erweiterung, da ist ein kompletter Akt, ist da drin, ein neuer. Juwelen wurden eingefügt, was auch immer die bringen. 119 neue Gegenstände. Und die Drop-Rate für gute Gegenstände wurde erhöht. Das ist nett. Die Maps wurden nochmal überarbeitet, natürlich sowas wie Performance-Probleme und, weil es ja noch nicht genügend Skills gibt auf diesem Tui, äh, 20 neue Skills. Ja, super, das ist ja eine sehr schöne... Das ist richtig super. So, ich lager mal kurz erstmal ein paar Sachen. Hör ich mich eigentlich irgendwie super-powered auf. Ich rät hier gerade mal mit, äh, in der Tür. Ich hab euch ja lauter gemacht, weil ihr wart bei mir, äh, ein bisschen zu leise, aber ich glaub, vielleicht werd ich euch gleich nochmal, äh, nach der Folge ein bisschen leiser stehen, fast zu laut. Ich geh hier erstmal zu, die erstmal zu Targlight, der hat nämlich eine Quest auf. Ja, 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 da muss ich auch noch hin, aber ich, äh, lehre gerade mein, äh, Inventar so ein bisschen. Ja, den muss man auch wieder mit der Steuerung ein bisschen anfreunden. 13, okay, äh. Will ich, das kann ich ja noch nicht, äh, tragen. Hm, das ist sieben Damage, sieben bis zehn Damage. Könnt ihr ja auch eigentlich einfach mal alles schon instant, ähm. Drift wird klapp. Was ist denn das? Ah, jetzt kann ich mir was aussuchen. Oh, eh, das war mein Handy. Sorry. Hm. Ja, wer weg. Ja, sowieso. The Frost Wall. Hm, hm. Okay. Äh, jetzt hab ich noch ne dritte Quest bekommen. Uh, das ist nicht schlecht. Nachdem ich mit Targlight geredet hab. Ah, blauen Haare. Create a Wall of Ice. Ich hol ihn und nehm ich lieber... Hm. Ich will lieber Frozen und so weiter. Ja. Also, froh, gefrohene Attacken. Den pack ich natürlich gleich sofort rein. Wir haben jetzt die Quest completed. Okay. Welche hast du abgeschlossen? Äh, eine die, äh... Die, keine Ahnung welche das war. Also, wir waren glaub ich in der letzten Folge bei A Dirty Job waren wir glaub ich bei... Ja, also, ich hab jetzt ne, ne, ich hab jetzt noch, äh, The Dollar of the Deep und The Travel to the, äh, Dirty Job, die hab ich auch noch. Die hab ich auch noch. Das sind die beiden, die ich auch noch hab. Gut, das ist dann schon mal... Immerhin etwas. Ähm, ich verkauf gerade ganz viele Sachen. Wie kann man... Wo ist der Händler? Gibt's den Händler? Äh, Targlight. Okay. Verkauf ich auch. Ne, aber mehrere sind ja hin, da soll ich verkaufen. Ja, weißt du. Das ist halt Items. Ja, in dem Sinne kann ich ja auch mal einiges verkaufen. Mach ich jetzt auch. Okay, was heißt verkaufen und macht der hier Tauschhandel, ne? Ja, ja. Ja, in dem Sinne, ja. Gone Handed Axt, äh, 8-13. Ja, die behalte ich mal noch, aber ich kann sie noch nicht benutzen. Okay, ne, ähm. Ja. Das ist ein Einhandschiff. Okay, das behalte ich dann auch. Ja, ich bleib nur bei Einhandsachen. Das ist ja auch nicht wert. Das habe ich nicht. Ne, beichendig hat nämlich oft immer in so Spielen immer den Nachteil. Ja. Äh, dass man, äh, netterweise, dann auch eine mega langsame, äh, Angriffsrat hat. Ja, das ist das wohl so. So, also ich geh auf, äh, ich hab jetzt Elemental Damage, hab ich jetzt. Ja, den hab ich auch, das raufskillig, ja. Das raufskillig für mich. Ähm, wo bist du ein, wo bist du gestartet? Links von mir. Ja. Oder wo? Ja, ja, links. Ich bin links. So, von dir. Du bist ja relativ. Immer diese linksradikalen Menschen. Ja, ehrlich. Ja, das ist sowieso. It's a bug. Ja. It's not a bug, it's a future. Wollte ich schon sagen. Just J Zitat. So, also ich bin hier in der Stadt jetzt fertig. Wir können an die Küste. West Coast. Und irgendwie benutzt. Und irgendwie benutzt er. Aber das ist ja eh schlechter. Irgendwie benutzt er das eine Schwert nicht. Oh, warum bin ich jetzt. Ja, du musst gucken. Ich hab auch sowas. You can't use this item. Ähm. Also ich müsste jetzt erstmal, ich bin jetzt zur Küste aus Versehen schon gegangen. Warte. Ja, ich warte auf euch. Ne, ne, ich bin hier grad am. Hey, wieso nimmt er das jetzt nicht in die Hand, das äh. Cold Snap. Das hast du, die Attacke hast du auch, ne? Cold Snap, oder? Kann was sein. Ich guck mal gerade, was der so hat. Vielleicht hat er eine Waffe. Mit Maces, weil ich ja hauptsächlich arbeiten. Mit Maces? Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber das ist so ein einhändige. So sieht so aus wie Knüppel heißt es, glaube ich. Okay. Also eigentlich will ich zwei einhändige Waffen haben. Also ich zähle ich das erste Mal noch ein Schwert, erstmal noch ein Schwert verkaufen. Sell Item. Weil ich werde auf jeden Fall das... Äh, one, one, plus one to level of socket cold jams plus 12 to intelligence. Hä, wie kann ich denn da rausnehmen, den Edelstein, wenn ich was verkaufen will mit dem Stein drin? Einfach rechtsklick raus. Rechtsklick? Hä, warte. Ja, rechtsklick auf dieses, äh, Dings. Oh, da spielt jemand Dota 2. Das wusste ich, dass es echt schön ist, dass er Dota 2 spielt. Kackspiel, genauso wie LOL. Ja, ich hab mal, ich hab in der letzten Folge mal ein bisschen, äh, geguckt, was die da alles so in den Kommentaren, also alle mal ein bisschen durchgeguckt mal. Und da stand einmal Sex, Max, everything okay. Also... Hallo, ich würde das gern verkaufen. Wieso pack ich denn diesen scheiß hässlichen Stein da nicht raus? Was? Ach, jetzt hab ich was gekauft, was ich gar nicht brauche. Bekauf ich den halt mit Stein. Du kaufst Sachen, die du gar nicht... Also, ich hab fertig. Du warst fertig. Ich hab fertig hinter Stadt hier. Ja, ich das sowieso. Ja, ich das sowieso. Das ist... Geh mir weg mit Mobars, nee! Ja, was... Geh weg! 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 Äh... Warte mal, auf welcher Tester? Wie meint das denn? Kann man überhaupt... Ja, auf welcher Watt der Schilder machen? Nein! Nein! Ähm... Kann man eigentlich PvP hier machen? Perfwechsel? Ja, sicher. Ich weiß es nicht. Ich denke schon. So, ich... Habt ihr auch... Welche Quests habt ihr? The Dollar of the Deep Und... Dirty Job Ah, okay. Und was sind dann die drei rechts? Sind das die, die man schon hat? Ja, ich... Ah, ich... Ich komm mal zum Strand, ne? Ja, warte... Ich will hier gerade... Ja, explodent... Ich hab hier irgendwas... Aber irgendwie... Ich bin schon wieder zum Dämlich. Ja, ich muss mal ein Pferfer weg sein. Ein bisschen länger auf... Ach, gucke! Ich muss das schon machen. Ja, warum... Warte, warte... Ach, das ist Xantro. Wieso macht er die jetzt nicht? Ich hab hier jetzt ne... Attacke, die da jetzt einfach nicht macht. Oh... Auf... Auf der mittleren Maustaste, oder wie? Ne, ich hab mir jetzt extra auf der rechte Maustaste gelegt, weil da hab ich noch nichts. Und wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke, macht er einfach nichts. Vielleicht geht das ja im Kampf irgendwie. Äh... Ja, ähm... Da passiert irgendwas. Sehr schön, sehr schön. Aber wobei das hier mit diesem Q-W-E-E-A-T und die drei Maustaste hab ich jetzt schon herausgefunden. Ach, ich hab keine Sachen mehr auf der rechten. Okay. Schade. Ich hab... Äh... Diesen Feuerball auf meiner rechten. Ja, ne... Äh... Feuerball hab ich auf Q. Ich weiß gar nicht, ob man das verschieben kann. Nein, ne? Das ist ja von diesem Diamantenkopf. Ja, kann man verschieben. Die Spells kann man alles verschieben. Ja? Ja, die Spells kann man alles verschieben. So, ich... Fuck, ich schau mich jetzt mal ein... Ich muss wirklich extrem, extrem hart auf meine... Tastatur drücken. Das, äh... Dass ich diese Zombies beschwören kann. Ist das irgendwie... Wisst ihr denn, was denn die richtige Richtung ist? Ja. Ähm... Warte. Ja, warte. Hier geht's irgendwo lang. Äh... Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wie nehmt man doch mal Sachen auf? Draufklicken. Draufklicken. Hier kann die Bale. Sterbt hier. Oh. Äh... Wie war das? Ich hab jetzt nicht zugehört. Wusstet ihr jetzt einen Sieg? Ja. Äh... Ich komm mal auf die Map. Aber ich bin hier grad beschäftigt. Ist das ein Boss? Oh, oh. Alter, wo seid ihr? Ah, Fire Fury. Ja. Warum seid ihr so weit... von vor gelaufen? Man könnte doch auch mal... Einmal weg. Alter, wer macht denn diesen Feuerregen gerade? Ich weiß nicht. Äh, das ist der Boss. Ah. Ja. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Scroll of Wisdom. Okay und die rechte Maustaste. Ich hab nur rechte Maustaste. Hier, warte. Guckt euch. Ja gut, du bist auch kein Magier. Aber das ist... Ja okay und ich bin halt Magier. Ja. Ein Nahkampf-Magier. Ja ich nicht. Ja ich will eigentlich auch eine Fernkampfer fahren, aber ich will keinen Bogen haben. Und das Problem ist einfach nur, ich will so eine Band haben. Da. So. Ist ja schön. Und die Freunde sind da. Stimmt man. Hey, haut drauf, haut drauf, haut drauf, haut drauf. Warte, ich guck mal. Äh, oh Gott. Mit M öffne ich nicht die Map. Nee. Ich guck mal. Hilfe. Oh ja. Ja ja. Echtgeld ausgeben. Ja, nein. Äh. Ich denke wir müssen immer Richtung... Warte, Overlay Map. Äh, nein. Nein. Na das bringt nichts. Warte. Ah, wir müssen hier... Warte. Wordscreen. Ja wir müssen weiter geradeaus. Und dann eh nach rechts unten und einmal noch nach geradeaus. Welchen hat den geradeaus gewählt? Beide. Man hat ja beide ausgewählt. Äh, hier ist ein Waypoint falls ihr ihn aktivieren wollt. Ja, aber wisst ihr wo man da hin... Äh, die sind ja in unterschiedlichen Richtungen. Der eine geht links, der andere rechts. Ja, ja. Wir müssen wahrscheinlich hier lang. The Mod Flats, genau da waren wir. Die schlammigen... Deppen? Heißt das sowieso? Mod Flats ist eigentlich, äh... Sowas wie Wattenmeer. Ich geh einfach durch. Ja einfach mal kurz gucken. Wir sind scheißige Halberzeit. Nee, wir waren ja vorher... Wir waren ja vorher Tidal Island. Das war ja... Das war ja... Ja hier sind wir richtig. Da waren wir letztes Mal auch. So, jetzt können Viecher klatschen. Auf jeden Fall. Ich muss eben kurz... Hier ist ne Truhe. Ah ja, gut. Rusted Sword. Nee. 10% Elemental Damage. Auf jeden Fall nice. Ja, es ist nice. Oh, jetzt hab ich ein Schild. Warum hab ich jetzt ein Schild? Ah, ich hasse Schild. Weil... Naja, aber ich hab hier grad ne anderen Handeln, dann kann ich das Schild ruhig mitnehmen. Und ich bin schon wieder voll. Ah, bist du's nicht immer? Ja. Das ist einer der schlechtesten Witze gewesen, die du je gemacht hast. Ja. So, das geht doch noch. Ah. 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 Nein, ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon Schlimmere gebracht. Oh, ho, 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 ho. Ich hab ne Claw. Ja, ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Hier. Guck mal, ich kann ne Falle stellen. Welche? Ach die? Na, die haut dann alles kaputt. Was da rein läuft. Und was ist das hier? Äh. Oh mein Gott, jemand hat Lüste. Oh, ich bin Level Up. Ich noch nicht. Oh mein Gott, jemand hat Lüste. Oh mein Gott. Hier ist ein Bossgegner. Wo ist ein Bossgegner? Oh, da. Du hast da jetzt. Okay. Ja, man muss schon auf seine Lebenserzeige achten. Ja, das wusste ich jetzt nicht und so. Ich sag ja nur... Ich sag ja nur, ich weiß nicht wie ich einen Schaden mache. Oh mein Gott. Habt ihr den schon getötet oder was? Ich werde irgendwie geblitzt Dings, wenn ich in der Nähe bin. Ah, jetzt nicht mehr. Ein Shortbow. Ja, warte, ich kann ein Gem upleveln. Dann kann ich jetzt, äh... Ich kann ein normales Uppleveln. Full passive skill with your character has been granted on a full passive skill with your character has been granted on a full passive skill with your character. Okay. Oh, ich hab Lebensgeregeneration oder hatte ich die vorher auch schon? Ne, die hat sie vorher glaube ich auch schon. Äh, so dann geh ich jetzt entweder auf Koordination und kann dann irgendwann nach oben gehen und blöd... Oh. Ja, eigentlich... Uh, ich mach das erstmal. Weiß es nicht. Ich hab ja aber kein Skill, der mir Lebensregeneration gibt. So, ähm, wie lege ich denn jetzt einen meiner Skills zum Beispiel auf Q oder so? Ja, ich glaube die Skills selbst kann sie ja nicht, das sind diese Diamanten, oder? Ja, diese Diamantenangriffe meine ich, ja. Weiß nicht, lassen wir das bei mir immer automatisch machen. Ja, weil auch ich find das auf der mittleren Maustaste irgendwie ein bisschen scheiße. Glaub ich geh jetzt demnächst jetzt mit den anderen... Andern. Hm. Ich bin die ganze Zeit. Noch ein bisschen kloppen. Ah, ich bin level ab jetzt. Ich bin level ab jetzt. Äh, wie jetzt eigentlich mal, wot? Oh Gott, ich bin schon wieder voll. Ja, geht mir genauso. Ähm. Warte, ich versuch mal hier grad so ein bisschen Ordnung rein zu... Äh, die behalte ich mal. Das Schild werfe ich hier weg. Weiß ich eh nicht. Ne Portable Scroll hab ich gefunden. Ja, damit kann man in die Stadt geportet werden. Ja, vielleicht benutztest du die ja gleich mal irgendwann zwischendurch, weil irgendwie... Ja, obwohl man braucht nicht immer... Dann kommt ja eh nur Gegenstände davon, ne. Naja. Ja, wo hast du patched? Komm, die werfe ich auch mal weg. Braucht einer von euch vielleicht einen Stab? Ich weiß nicht, ob man damit... Stab? Meinst du... Meinst du so ein... Kann ich auch ein Stab? Mana Regeneration. Ihr seid schon wieder viel zu weit weg von mir, ja? Und ich bin außerdem in den nächsten Bereich gegangen. Obwohl ich weiß jetzt nicht, ob ich dann eher da... Warte, ich guck mal eben auf der Map, ob das richtig ist... Wallscreen. Äh, ja, wir müssen noch einen weiter geradeaus. Danach sogar noch. Na dann. Increase in Elemental Damage, ja. Ich will... Das in Elemental Damage. Bei mir wird immer noch nur hier Social Rune angezeigt, um... Von wegen, ähm... Ja, bei mir auch. Da wird gar keiner angezeigt. Ah doch, ne, beide. Ah doch, jetzt beide, okay. Ja. So, dann... Hier hin. So, wir müssen kill all the monsters in the Fatty Pool. Achso. Ja, da sind wir ja gerade. Ja, ja. Oh, oh. Ne, aber äh... Ja. Eigentlich müsstest du auf die ganzen Sachen... Ja, ja. Das sind Skills, die, äh... Für deine... Minions sind. Da gibt's ja... In deiner Nähe sogar extrem viel und gute Skills. Weil es halt, äh... Minion Damage und Life und jetzt hätten noch... Naja. Ja, da geh ich jetzt auch drauf und wollte nur ein bisschen... Trotzdem Elemente schaden, weil ich ja auch noch, äh... Also für den Anfang halt, in dem Sinne. Mhm. Ach, ich hab Dext. Sammeln einfach viel zu viel Scheiße hier wieder ein. Ja. Gibt's nicht. Das ist nicht... Das ist nicht dieses... Das ist nicht eines dieser typischen Rollenspiele, wo man einfach alles lootet und dann einfach verkauft. Naja. Das ist einfach eines dieser Spiele, wo man... Überhaupt nicht, äh... Überhaupt kaum was aufsammelt und dann halt nur wirklich das Beste, was dann... Ja, ja. So rumläuft. Aua. Bist du angegessen? Oh, ne, da kommt aber gleich ein Boss. Ja, jetzt bin ich mal unterwegs. Ich komme. Ich hab hier ein bisschen... Warte, ich geh mit Fernkampf drauf. Ja, ich mach auch gerade Fernkampf. Ja. Ja gut, ich kann ja mit meinen Magie... Das ist so... Ich hab kein Mana mehr. Warte, warte, ich hab mal vor und alles, alles hier jetzt krallen ohne... Sinn und Verstand. Physical Damage? Nee. Point. Point on. Er war halt gut. Nee, gut. Kommen wir in die, oder? Nee, äh... Identify, okay. Ja gut, Identify könnt ihr ja immer machen mit, äh... In the portal. Genau. In the scroll of the stem. Wobei ich das echt ganz interessant finde. Hm. Ja, die sind nicht so toll. Ich, äh... Die hab echt... Momentan... Denk ich mir gerade auch nur... Läuft. Momentan ist... Gar nichts an dem guten Stuff hier drin und so. Aber egal. Vielleicht wär... Alles besser. Ja, ja, nur weil ich... Ja klar, alles besser. Ach so, äh... Ja, wisst ihr wann alles besser ist? In der nächsten Folge. Ja, das ist richtig. Oh, hey, bis zur Überleitung. Warte, ich will zu euch. Mast auf, Überleitung. Äh... Äh, warte, schau mal. Schau mal. Schau mal, die, auch hier. Nö, ich fau jetzt nicht mehr. Okay. Damit bis zur nächsten Folge. Ja. Ja, bis dahin, ne? Ciao. Schau da rein.